Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie ein Tiefkühlgerät brauchen, dann ist die Gelegenheit jetzt besonders günstig. In den grossen Coop-Sendern und Coop-Warenhäusern gibt es jetzt in einer grossen Auswahl zu Jubiläumspreisen Tiefkühlschränke und Tiefkühltruhe und eine Qualitätsmarke Satrap. Mit einem Satrap-Tiefkühlgerät sind Sie natürlich immer unabhängig und können dann zugreifen, wenn es besonders günstig ist. Wie jetzt bei der Coop-Grossaktion von den Goldstar-Tiefkühlprodukten. Achtet Sie auf Plakate an der Schaufweister. Bei Coop gibt es jetzt zu Aktionspreisen gehackten Spinat fixfertig mit Rahm, die beliebten Goldstar-Fischstäbli ohne Gerät, fixfertige Goldstar-Bomfrid und zum Dessert Goldstar-Schwarzwälder-Rahmglasse. Speziell günstig sind jetzt auch die grillfertigen Goldstar-Boulet mit dem Siegel für höchste Qualität. Wie wäre es mit einem festlichen Poulet-Rezept auf die Osteren, wie das hier? Übrigens, das feine Poulet-Rezept steht morgen in Ihrer Coop-Zeitung, wo ja alle Coop-Mitglieder überkommen. Und jetzt haben wir noch ein paar nützliche Tipps. Tiefgefrorene Poulet sollten wir immer langsam auftauchen, also am besten einen ganzen Tag im Kühlschrank. Neben Salz und den typischen Poulet-Gewürzen wie Pfeffer, Paprika, Basilikum, Estragon und Oregano kann man auch noch ein Stückchen Böle und ein Stückchen Sellerie ins Poulet reinbringen. Und jetzt noch zum aktuellen Coop-Frischprodukt-Angebot. Knackig-frische Kopfsalate mit viel Vitamin- und Mineralstoff direkt aus den Anbaugebieten in Nordfrankreich. Profitiert Simone in Ihrem Coop-Pladen von dieser frischen Coop-Leistung. Und jetzt wünschen wir Ihnen allen eine frohe Oster und gehen weiter ins Coop-Center. Für die aktuellen Angebote. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Zistig gibt es beim Coop folgende Hit-Angebot. Eine Dose Gemüseplatte mit Eierschwimmeln mit Gastronom für nur 2,20. Eine Dose Bastetli-Füllung mit Gastronom nur 2,90. Zwei Dosen Erbschen mit Rüeble extra fein mit Gastronom nur 2,80. Vier Frisco Garamelle Iglu für 4,40. Und 100 Gramm Aufschnitt für nur 1,00. Und als Preisschlager gibt es beim Coop Kindersocken in verschiedenen Farben. Das Paar je nach Größe zwischen 2,50 und 2,90. Und jetzt ganz aktuell beim Coop in topmodischer Farbe. Kinderpulli je nach Größe zwischen 5,90 und 7,90. Herrenpulli für 29 Franken und Damenpulli für nur 12,90. Profitieren Sie von diesen Angeboten morgen in Ihrem Coop-Center. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017